hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge 2 let's go und greifen wenn du lässt mich sterben gibt immer mühe der daneben gedrückt hat also irgendwann hat sich das angefühlt als wenn das mit absicht war als wenn er das mit purer absicht gemacht kann es mir doch nicht erzählen dass das unabsichtig war ist noch mehr feuergeister denn Hm, okay. Oh, was macht er denn hier? Vegeta? How to kill kids? Really? Du musst das erstmal durchlesen? Kann ich da reingucken? Okay, also wenn ich es richtig gesehen habe, ist da ein Messer abgebildet und Häusen, ne? Entweder mit einem Messer oder mit Gift. Du wirst nicht wissen, wo du gehen kannst. Du solltest die Welle, kid. Es ist tief in der Schwamm, aber es ist groß genug, dass sogar ein kleineres Ding wie du sie nicht missen kannst. Du solltest nicht schreien. Du solltest nicht schreien. Du solltest nicht schreien. Du solltest nicht schreien. Danke für den geilen Tipp. Du solltest nicht wegnehmen. war er da unten in der Suppe? Ich habe ein echtes stinkendes Gefühl über dieses Ort. Ganz so komme ich hin. Was ist er? da rüber mich auch das ist eine eis mann ziemlich groß sogar da oben an das gahn komme ich nicht komme ich da zu diesem klein rüber jetzt komme ich zum gahn eine einwohner maske haben wir schon sind wir zum spiel war jetzt soweit weg ich bin sehr gut man kann sogar ein bisschen drauf laufen das ist wie lange eigentlich weiß ich versinke versinke ich bin sehr gut ich bin sehr gut ich bin sehr gut hier zappt von brunnen da sind stützeln hier Ich habe 2 aus Eis. Macht ihr irgendwas? Nee, sind nur Deku. Okay. Das ist ein Geist. Enter Haken. Drücke und halte X, um Haken zu Haken zu schwingen. Das ist ein Sticker. Das ist ein Sticker. Na gut, okay. Machen wir das mal so. Weeeeee. Gahee. 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 Ah, fast. Das ist ein Sticker. Der ist ein Sticker. oh dann können wir schwimmen das ist Luft ist auch kein Luft Ich geh jetzt einen Time-Ding. Gelegt. Ein Riss-Token! Ich kann nicht mehr aufhören. Aber es steigt ja gar nicht mehr. Oh oh. Und weggeschleudert. Habe ich ihn jetzt damit sauber gemacht? Ach, da kommen wir raus. Säubere den Subcon Brunnen. Contract complete. Also, der Vertrag wurde... Kompliziert? Beendet? Tledigt. Nice. Aber wir haben ja noch einen Vertrag. Für die Villa. Perfekt. Perfekt. Also, ich könnte jetzt für 500 den Sticker holen. Aber ich glaube, das lasse ich erst mal. Weil wir müssen ja noch ein bisschen Kohle behalten, habe ich festgestellt. Weil wir ja immer auch die Dungeons für die Karten freischalten müssen. Weil wir noch mal ein bisschen Ende. Ende. vornos lang dann noch aber ich glaube, so viel brauchen wir aber auch nicht mal das meiste haben wir ja schon gekauft, das brauchen wir nur noch die Akte bis wir nur noch freischalten wir kommen dem Finale immer näher wo ist denn der Timerift? oh, haben wir noch nicht gesehen, oder? aber irgendwo ein Subcon-Wild ok, alles klar vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Folgen